Ich bin von Kim Jong-un, der russische Präsidentin von Putin. Wir haben uns schon teilweise hier gesehen, dass sie in einer sehr schönen Bundesrepublik der russischen Norden in der Berge an sich hier aufbaut, in der Berge zu halten. Ich bin gerade hier an der Seite, dass viele Verbindungen von der Bundesrepublik die Brede weltweit ist etwas an. Rund 100.000 Personen haben einmal hier viele gasgrose Festigkeiten stattgefunden. Das ist eine schöne Größe von der Brede. Ah! Jetzt ist es hier. Hier ist es. Hier ist es. Das war schon. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Das war's. 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 Das war's.